Hallo! Hier ist Chainsawman16 und ich dachte wir machen mal wieder ein kleines Spiel für zwischendurch und ein kleines LP und zwar steht immer noch im Weg, ich weiß nicht, THIS IS THE ONLY LEVEL Ja, es geht um den blöden Elefanten, der wieder ein dummes Level lösen muss und er ist so dumm, dass er einfach nicht mehr weiß, welche Level es gibt! Deshalb hat er nur noch ein dummes scheiß Level im Kopf und will es jetzt immer und immer wieder spielen denn es gibt nur noch dieses eine Level, denn THIS IS THE ONLY LEVEL wir spielen einfach WOW! Damn it loud! Es ist so actionmäßig drauf! Ja gut, so geht das nicht die ganze Zeit, das geht das Spiel die ganze Zeit so ab aber damit müssen wir halt leben Ja! PLAY YOUR CONTINUE LEVEL 1 Hä? Ja, wir löschen das Spiel einfach mal, ich hab das mal kurz angespielt damit ich auch weiß worauf ich mich hier einlasse aber jetzt spielen wir es einfach nochmal so Ja, das ist das einzige Level hier es geht einfach darum mit den blauen Elefanten hier äh ja, mit den blauen Elefanten hier immer ja immer das Ziel zu öffnen, damit der immer wieder hin kommt so läuft das Spiel Arrow keys required Okay, das sind immer so kleine Tipps anscheinend Wann ist das Level over? Nein! Okay! Not always straight forward Okay! Jetzt seht ihr es nicht, jetzt sind meine Pfeiltasten vertauscht jetzt laufe ich rückwärts also nach links ist rechts und rechts ist links ja das geht natürlich voll ab hier Yeah! Ich bin der Mega-Elefant lalala Okay, was jetzt! Fink Before Doing Ok, ich spring einfach Halt mal! Ehm. Scheinte! Scheißee! Okay, was soll'sなく, diceD η.D.辅i da rauf springen stalkering Warte mal, hab ich das Spiel jetzt ausgesehen, abgewählt, oder? Halt mal, was ist jetzt passiert? Aha, warte mal, was mach ich mit der Maus? Ich wollte nur mal gucken, ob das hier noch voll weiter geht. Da hab ich mit der Maus aufgeklickt, dachte, mein Sturm wäre irgendwie kaputt. Okay, jetzt kann ich mit der Maus gehen, mit der Elefante. Und ich ging so, wo soll er hin? Hö, fällt runter. Okay, weiter. Warte, ist das level over? Nein, der Elefante hat immer noch Spaß gemacht. Free floating, floating like shit in einem Toilet. Wu. Wu. Yeah. Ich kann so gerne fliegen. Niemand kann mich am Fliegen schlagen. Ich bin, ne, mittaren Fliegen. Mit Superlofen. Ja, Stage Complete. Alles zu level over. Nein, immer noch nicht. Wow, 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 wow. Okay, eine Spagat, wow, yeah, ich bin der Hüfte, der Elefante des Todes. Ihr könnt mal eine Supermega Laserstiefel nix anhaben. Laserstiefel, wie so Laserstiefel? Wer hat das denn gesagt? Wer hat das gesagt? Okay, wu, okay. Ah, du shit. Shit. Okay, ganz ruhig bleiben. Okay, jetzt reiz. Hör auf ab zu spacken, du scheiß Elefant. Ey, wieso spackst du es ab? Du, period. Okay, anscheinend kann ich nicht springen. Oder was ist das hier? Ah, hier muss ich nicht da hingehen und so springen. Okay, weiter geht's. Möp, 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 Candy Stripes of Doom. Äh, Candy Stripes of Doom, was geht denn hier ab? Aha, hier, wartet mal. Pass auf, wir dürfen nicht das Trauer berühren, weil sonst sterben wir, oder? Ja, ist richtig. Möp, 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 möp. Okay, wir springen dann lang. Oh, das hat sogar so geil geklappt. Möp, 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 aero-control. Aero-control? Wie Aero-control. Wow, 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 was geht denn ab? Okay, ganz ruhig bleiben. Hä, was geht mit den scheiß Elefanten ab? Ah, pass auf! Aero-control, yeah, der Ball, yeah, 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 mit Steuer, yeah. Ist geil. So, so, jetzt muss ich, ja, mit dem linken Maustaste spring ich und mit der, mit dem Rest hier, wenn ich die Maus, äh, hier so rüber bewege, dann spackt der Ehrfand halt in die Richtung ab. Okay, hier lang, ah, okay. Ah, verdammt. Okay, nochmal, das kann nicht besser. Verdammt, ey. Ah, okay. Ich darf den nicht immer so da rein abspacken. Hüpfen. Hüpfung. Hüpfung. Das ist, was die M-Ball, nur das die M-Ball, M-Ball ist. Okay. Okay. Ich schieb nochmal mal Pfeil wieder da lang. So. Okay. Jetzt ganz ruhig. Huh. Geschafft. Stage 10. Heavy Headwind hier. Okay. Ah, 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 ah. Ich muss dagegen ankämpfen. Oh. Oh. Ah. Heftiger Wind. Ah. Ich komme da nicht gegen an. Ich habe mich so derbe Muskeln. Ich bin der Muskel Elephant. Ah. Ey. 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 Ich schaffe das. Ich bin der derbste Elephant aller Zeiten. Ich kann ihn verlieren. Ich muss gewinnen. Ich bin Elephant. Ich muss zeigen, was ich drauf habe. Äh. Äh. Okay. 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 Oh. Shit. Okay. Ganz habt ihr nicht gehört. Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Möp. 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 Okay. Ich kann nicht zurückgehen. Ja. Das ist okay. Damit habe ich echt kein Problem. Zurückgehen ist echt das schlimmste Problem. Äh. Okay. Was kann man das nächste Mal sehen? Stay low. Was sonst? Ach. Wie? Kann ich springen? Ja. Wie das denn jetzt? Ah. Was auch. Ich muss einfach nur nachgehen. Äh. 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 Ich drücke die ganze Zeit nur links, rechts, links, rechts. Ha. Ich muss links, rechts, rechts, links, rechts, links, 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 you one leap of faith. Okay. Achso. Einsprung des Schicksals. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Einsprung des Glaubens. Einsprung des Irgendwases. Einsprung des Zier werden alle sterben. Okay. Darf man schon einmal springen? Uh. Das ist ja auch kein Problem. Man muss nur wissen, wann man springen muss. Oh. Voll gut. Time to refresh. Time to refresh was? Okay. Äh. Ich drücke mal auf den Schalter. Hä? Refresh. Yeah. Was zu refreshen? Pause. Time to refresh. Globale Einstellungen. Time to refresh. Ihr könnt ja nur meinen, dass ich hier aktualisieren soll. Das glaube ich nicht. Was soll ich machen? Time to refresh. Okay. Pause. Panic. Panic. Time to refresh. Panic. 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 Was geht nicht ab? Menü. Was soll ich hier für refreshen? Hä? Was geht nicht ab? Was soll ich refreshen? Soll ich aktualisieren? Oder? Was geht nicht ab? Ich aktualisiere jetzt? Ich habe aktualisiert. So und jetzt? Jetzt habe ich die Seite aktualisieren. Jetzt muss es gehen oder was? Ich weiß es nicht. Das ist eines, was ich mir vorstellen kann. Also ich habe das Spiel jetzt eigentlich... Der will mich verarschen. Das stimmt sogar. Das hat echt... Das hat halt echt funktioniert. Oh Gott ey. Was ist das für ein Spiel? Das hängt schon wieder an. Außer das Spiel zu spielen mit ein. Das kennen wir auch so wie ein Achievement Unlocked Spiel. Keep hitting it. Ah, stirb! Okay. Okay. Es hat funktioniert. Ja, so glücklich sind aber so die kleinen Tipps, damit man weiß, was man machen muss. Worry about nothing. Okay. Nichts los. Huh. Ey, war echt... Es war echt nichts los. Collapse. Collapse. Okay. Es fallen die Steine runter. Es ist Weltuntergang. 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 Alles wird runter. Scheiße. Aua, aua, aua. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Äh. Ja. Jo. Ja. Hörst du wohl auf? Ich komme da nicht lang. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie das Ganze gelaufen. Ihr müsst gar nicht entscheiden drüber. Weißt du, wir fahren jetzt einfach hier durch. So. Jetzt. Ah, ha, ha. So macht man das. Oh, so. Collapse. Stuttering. Gag. Gag. Gregi. Gregi am Berg. Gag. 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 Ich glaube, wir haben die Richtung. Gag. 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 Gregi. Gag. 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 Sogar die Zeit macht. Gag. 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 Oh, komm mal. Gag. 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 Ich bin so derber am Gaggen. Die ganze Welt wird einfach in Legg untergehen. Legg. 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 Elefant. Legg. 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 Gaggi voll an durchdringen. Das war das Gaggenlevel. Legg. 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 Do you remember? Ja, klar. Natürlich erinnere ich mich an alles hier. Ach, du Scheiße. Natürlich erinnere ich mich an nichts. So, hier mal. Hier war die Plattform. So, hier rüber. So. So, jetzt einfach nur hier runter. Ah, perfekt. So, jetzt haben wir das gemerkt. Wir müssen einfach nur hier runter gehen. Wow, in between gravity. Okay, oben und unten oder was? Wow, wow, wow. Wow! Ok, gro... Ok, zack! Ok, nein! Dankeschön! Ist das Level over? Nein! Meins, voll... Was, was, was geht ab? Ich weiß noch nicht mehr, was hier los ist. So, Scheiter gedrückt und dann... Ja, nichts! Alles ist gut! Hä? Was war hier los? Center Keyboarder! Center Keyboarder... Center Keyboarder... Ah! Hier! Pass auf! Ah! Könnt ihr das aus alten Tastatur spielen? Dann muss man irgendwann mit F, T, H steuern. Und das ist hier gerade der Fall. Ich muss ja auch gerade mit den F, T und H Tasten steuern, weil Center Keyboarder... Ja, das ist natürlich zu ziemlich mittig in der Tastatur. Macht Sinn! Ok, Uppercase... Uppercase... Äh, was ist Uppercase? Ähm... Verdammt! Ich kann schon wieder kein Englisch. Uppercase... 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 Was meint ihr damit? Wartet mal kurz... Großschrift! Großschrift ist damit... Das heißt, ich soll auf Groß... Aha! Wenn ich auf Großschrift drücke... Dann geht das... Ich kenne das nur unter Caps Lock... Äh, die Taste... Uppercase ist Großschrift... Stimmt, ey! Oh, verdammt! Vokabular ist weg, wenn's feels like it! Ich werde einfach drauf drücken... Ha! Ich wusste... Wie jetzt? Hä? Was war das denn jetzt? Wieso... Okay, nochmal... Was war das? Und jetzt? Hallo? Ja, warum nicht? Und jetzt? Jetzt mach endlich! Hey! Du bist böse! Da... Ich hasse dich! Ich hasse dieses Scheißding! Ich hasse dich wirklich! Okay! Okay, jetzt! Pass auf! Juhu! Ich wusste, dass es so funktioniert! Juhu! Okay! Or is it! Was ist or is it? Was ist was? Jetzt wieder or is it? Was ist... Oder ist es? Was ist es? Hä? 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 Was geht jetzt ab? Ist das selbe nochmal ein grün oder was? Pass auf! Pass auf! Ich kann da durchgehen! Ah! Ich wusste es! Das ist das eine, was ich mir vorstellen konnte! Die Credit Page! Wo? Die Credit Page! Wo? Die Credit Page! Die Credit Page! Wo ist denn die? Armour Games! Oder nicht? Armour Games! Ist doch die Credit Page! Oder nicht? Nicht? Warum nicht? Wo ist die Credit Page? Äh... Huh! Ja, keine Ahnung! Hier nicht! Da nicht! Sieh, da hab ich ihm nachgeguckt, dass es auch bis zu Upper Case ist! Hier Großschrift! Da stand es neben mich! Dick CC in die Super Seite! Ähm... Nein! Was ist denn hier los? Ähm... Bup, 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 bup! Ey, diese Musik geht, sie sieht man durch! Credit Page! Heißt, ich soll jetzt auf die... Pass auf! Ich soll jetzt bestimmt die Credits ansehen! Aber wir müssen ja einfach kurz aus dem Spiel rausgehen! So! Play! Huh! So, wir gehen einfach mal wieder rein und schauen uns jetzt die Credits an, oder was? Äh, okay! Horeogramm bei irgendwie... Credits! Name me in Unlock... Name me in Unlock... Name me in Unlock States 27 for me! Okay, dankeschön dafür! Endlich! Dankeschön dafür! Ich war auf die Credits-Page! Huh! Okay, weiter geht's! Dankeschön, wir haben die Credits angesehen! Netter Tre... Was? Was? Was zur Hölle? Ich bin ein blauer Elefant! Huh! Okay, das ist echt... Das ist echt verwirrend! Wieso... Wieso ist das so? Oh! Okay, es hat geklappt! Oho, so close! Okay, Closing Shop! Okay, Closing Shop! Hä? Oh, ich hab nur eine bestimmte Zeit, oder was? Das ist nicht nett! Das ist überhaupt nicht nett! So, nochmal! Elefanten-Power! Los! Okay, wir haben's geschafft! Der Elefant war schnell genug! No sweat! Was ist denn jetzt los? Oh, okay, was soll's? Auf jeden Fall war's einfach nur dunkel! Was kommt damit vor? Yes! 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 It is! You have beaten the only level in the entire game! And what was the one level is... Wow! Surely was more than that! We are very proud of you! We think you are really... Oh, truly special! Oh, here are your stats! Ich bin fast hundertmal gestorben! Was soll's? Yes! Oh, okay! Thanks for playing! Back to Manu! Okay! Und jetzt, was wenn ich noch weiter spiele? Aber soll's! Gut! Ja, nächstes Mal spiele wir dann den zweiten Teil davon! Ich meine, es geht noch einen zweiten Teil von dieser Serie! Und dann schauen wir uns das das nächste Mal nochmal an! Das war... Yeah! This is the only level! Und das war ein lustiges Spiel! So, ja... Ein kleines LP für zwischendurch halt! Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei! Und ich wünsche euch jetzt... Ja! Noch einen schönen Tag! Ciao, ciao! Das war das lustige Elefanten-Spiel! M-Di-Di-M-M-M-M-M-M-Di-Musik! Musik